Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit dem Programm Active Presenter bequem und einfach Bildschirmaufnahmen, sogenannte Screencasts, mit deinem Computer machen kannst. Das Programm gibt es sowohl für Windows als auch für den Mac. In meinem Beispiel zeige ich die Mac-Variante, die Windows-Version funktioniert aber ganz ähnlich. Außerdem gibt es das Programm in verschiedenen Preisstufen, ich verwende hier die kostenlose Version. Active Presenter hat sehr viele Funktionen, auch zum Nachbearbeiten der Screencasts. Ich zeige hier aber nur die ersten Schritte und einfache Bearbeitungen. Nach dem Start von Active Presenter sieht man zunächst die leere Programmoberfläche und diesen Bildschirm. Ich kann hier entweder ein vorhandenes Projekt öffnen oder eine neue Aufnahme starten. Das mache ich nun mal und nun habe ich verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Zum einen sollte ich gleich einen Namen für dieses Projekt vergeben, zum Beispiel jetzt hier mein Screencast. Test und gleichzeitig sehe ich, wo Active Presenter das hinspeichern würde. Wenn mir das nicht passt, könnte ich mit Durchsuchen einen anderen Speicherort auswählen. Hier unten gibt es nun eine Liste mit sogenannten Aufnahmeprofilen. Das sind Voreinstellungen für die Aufnahme, die ich mit einem Klick auswählen kann. In meinem Fall möchte ich nun einfach eine durchgehende Filmaufnahme aus lauter bewegten Bildern. Und deswegen nehme ich hier diese erste Option. Es gibt aber zum Beispiel auch sogenannte intelligente Aufnahmen. Da macht Active Presenter Standbilder und nur dann Filmaufnahmen, wenn die Maus oder irgendetwas anderes sich bewegt. Nun wollen wir aber einen ganz normalen Screencast machen mit durchgehend bewegten Bildern. Deswegen wähle ich die erste Option und klicke OK. Ich sehe hier nun dieses Eingabefenster und kann hier zwei Optionen auswählen. Entweder den ganzen Bildschirm, also das Vollbild aufzunehmen oder eine benutzerdefinierte Fläche. Wenn ich Vollbild klicke, ist es eben der ganze Bildschirm. Wenn ich benutzerdefiniert klicke, dann scheint sich zunächst gar nichts zu ändern. Aber es hat sich hier so ein kleines Fadenkreuz gezeigt, mit dem ich den Aufnahmebereich verschieben könnte. Allerdings ist das jetzt hier nicht ganz so intuitiv, weil der im Moment genauso groß ist wie der Bildschirm. Und ich kann ihn auch nicht gut verkleinern. Zwar sehe ich hier am Bildschirmrand irgendwelche kleinen Anfasserchen. Da komme ich allerdings nicht gut hin. Möchte ich ihn also kleiner haben, müsste ich das erstmal mit der Tastatur machen, irgendwelche kleineren Werte eingeben, sodass ich eben diesen grünen Rand sehe. Und dann kann ich den grünen Rand anfassen und kann das Ganze verschieben und dorthin schieben und auch hier jetzt in den Ecken vergrößern oder verkleinern, wie ich es eben gerade haben möchte. Das ist ein bisschen unintuitiv, weil eben am Anfang so eine große Ausgangsgröße eingestellt ist, sodass man gar nicht unbedingt merkt, dass man in dem benutzerdefinierten Modus ist. Ich möchte in diesem Fall jetzt aber Vollbild aufnehmen und klicke dementsprechend da drauf. Gleichzeitig kann ich hier auswählen, mit welchem Mikrofon aufgenommen werden soll. Ich nehme hier das eingebaute Mikrofon und sehe auch hier einen groben Anhaltswert, wie laut das Ganze ist. Bevor ich jetzt hier mit dem großen roten Knopf die Aufnahme starte, ist dieser kleine Button vielleicht noch ganz interessant. Zum einen kann ich nämlich einstellen, dass der Aufnahmebereich angezeigt werden soll. Das ist dieser grüne Rahmen, den wir gerade gesehen haben. Und ich kann auch eine Aufnahme-Symbolleiste anzeigen. Hier, damit ich Pause, Stopp und so weiter während der Aufnahme habe. Ansonsten muss ich mir den Tastatur-Shortcut merken, um die ganze Aufnahme am Schluss zu beenden. Was auch kein Problem ist, aber vielleicht hat man ja manchmal lieber diese Symbolleiste. Ich starte nun die Aufnahme. Dann zählt Active Presenter von 3 nach 0 und nun nehme ich auf, was auf dem Bildschirm passiert. Ich könnte nun also irgendeine Software demonstrieren oder was auch immer tun. Es geht hier ja nun um die Funktion der Software. Deswegen beende ich die Aufnahme gleich wieder mit Command-Return, wie mir das Active Presenter gezeigt hat. Und nun öffnet sich das Programmfenster mit meiner Aufnahme hier als sogenannte Folie. Active Presenter hat, wie man sieht, eine sehr umfangreiche Benutzeroberfläche. Deswegen schauen wir uns die nun zunächst einmal an. Wichtig ist, dass diese Benutzeroberfläche hier oben in sogenannte Tabs eingeteilt ist, also verschiedene Funktionsbereiche. Im Home-Tab gibt es die grundlegenden Funktionen, zum Beispiel eine weitere Folie hinzufügen, FET, Kursiv, Unterstrichen für Text und so weiter, wie wir das von Word und ähnlichen Programmen kennen. Es gibt weitere Tabs, zum Beispiel wie eine Folie ausgestaltet werden soll. Es gibt einen Tab Anmerkungen, der sehr interessant ist, um bestimmte Elemente auf dem Bildschirm hervorzuheben oder vergrößert anzuzeigen und so weiter. Es gibt den Tab Interaktion, der ist allerdings in der kostenlosen Version von Active Presenter nicht sehr interessant, denn was man damit machen kann, lässt sich nachher nur in der Bezahlversion richtig nutzen. Was auch noch wichtig ist, ist der Tab Export, denn mit ihm werden wir nachher unser Projekt in eine Filmdatei schreiben, sodass sie dann tatsächlich als Video verfügbar ist. Ich gehe mal wieder zurück in den Tab Home und nun müssten wir uns noch weitere Elemente der Benutzeroberfläche anschauen. Zum einen sieht man hier eine sogenannte Folienübersicht. Active Presenter arbeitet ähnlich wie PowerPoint mit Folien, das heißt, ich kann einen Screencast in mehrere Episoden teilen, sodass ich nicht alles am Stück aufnehmen muss. Eine Folie kann allerdings im Gegensatz zu PowerPoint eben ein Video sein und ist keine statische Folie. Dann gibt es hier oben eben die Symbolleiste, wie das in Office-Programmen auch der Fall ist. Hier rechts gibt es eine Eigenschaftenleiste, in der ich die Eigenschaften des gerade ausgewählten Elements sichtbar machen kann. Wenn ich jetzt also zum Beispiel hier diesen Film auswähle, den ich gerade eben aufgenommen habe, dann sehe ich hier verschiedene Möglichkeiten, diese Eigenschaften zu verändern, zum Beispiel den Mauszeiger zu zeigen oder eben nicht zu zeigen, Mausklicks hörbar zu machen oder eben nicht und so weiter. Ein sehr wichtiges Element der Benutzeroberfläche ist hier unten die sogenannte Zeitleiste. Eine Zeitleiste ist in einem Videoprogramm die Darstellung, was nacheinander im Verlauf des Videos passiert. Und man sieht jetzt hier, dass es hier drei Einträge gibt. Einerseits die Folie, andererseits den Audio-Track, den ich aufgenommen habe und andererseits den Video-Track, den ich aufgenommen habe. Diese beiden gehören zur Folie. Man sieht, dass alle beiden Tracks hier, nämlich Audio und Video, die gleiche Länge haben, denn ich habe ja vorher aufgenommen und gleichzeitig dazu gesprochen. Und für alle diese Spuren auf dieser Zeitleiste gilt zum Beispiel mit diesen Buttons, dass ich sie ein- und ausblenden kann, also sichtbar und unsichtbar schalten. Und ich kann mit diesem Schloss-Symbol eine Spur auch sperren, sodass ich sie nicht aus Versehen verändere. Über dieser Zeitleiste ist nochmal eine Symbolleiste nur für die Zeitleiste. Hier kann ich zum Beispiel eben das Video abspielen, solange ich es noch bearbeite, um mir Teile davon anzuschauen, um zu schauen, ob es so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Oder ich kann auch hier auf die Zeitleiste zoomen oder andere Dinge tun, die wir uns jetzt hier nicht näher anschauen. Damit haben wir jetzt also einen groben Überblick, was das Active Presenter Fenster uns alles bietet. Und nun schauen wir uns einige Funktionen an, die wir in der Arbeit mit Screencasts vielleicht gebrauchen können. In meinem Beispiel gehe ich jetzt mal davon aus, dass dieser Screencast, den ich hier gemacht habe, eine Software-Demonstration ist und dass ich hier bestimmte Elemente hervorheben möchte, damit sie dem Nutzer oder dem Zuschauer des Videos nachher besser ins Auge springen. Ich wechsle also hier auf den Anmerkungen-Tab und habe zum Beispiel jetzt hier ein Highlight. Das heißt so ein kleines gelbes Kästchen, in das ich Sachen reinschreiben kann. Das sieht jetzt nicht sehr gelb aus, weil es auf diesem blauen Hintergrund sitzt. Es ist aber durchscheinend gelb und wenn ich doppelklicke, bekomme ich ein Textfeld und kann hier zum Beispiel etwas reinschreiben. Wenn ich daneben klicke, wird die Bearbeitung abgebrochen und ich habe nun meinen Text hier drin. Der ist nun etwas klein. Dann kann ich jetzt rechts auf die Eigenschaftenleiste wechseln. Hier gibt es unter anderem den Abschnitt Text und kann jetzt hier auswählen, dass nicht der Basisstil eingestellt sein soll, sondern ein Benutzerdefinierter. Und nun kann ich eben zum Beispiel die Textgröße verändern, wenn ich das so haben möchte. Das kann ich jetzt irgendwo hinschieben, wo ich es gerne möchte, um irgendein Element hervorzuheben. Wichtig ist nun, dass dieses Element natürlich auch wieder auf meiner Zeitleiste auftaucht, nämlich hier Highlight 3. Und zwar sehen wir, dass es nicht die ganze Zeitleiste einnimmt. Das heißt, es wird direkt am Beginn des Videos erscheinen und hier bei Sekunde 3 wird es wieder verschwinden. Das können wir uns nun mal testweise anschauen, indem wir das Ganze abspielen lassen. Man hat also gesehen, das Highlight taucht auf und bei Sekunde 3 verschwindet es wieder. Man sieht also, ich kann auch einfach hier oben in diese Zeitleiste klicken, um den Abspielknopf, also praktisch die Stelle, von der aus abgespielt wird, an die entsprechende Stelle zu schieben. Wenn ich drücke und halte und das Ganze dann bewege, kann ich das Video auch durchspielen lassen, so wie es ablaufen würde. Angenommen, ich möchte jetzt dieses Highlight an einer anderen Stelle haben, zum Beispiel es soll bei Sekunde 3 erscheinen und bei Sekunde 6 verschwinden, dann kann ich es einfach nehmen und ziehe es hier, bis es bei Sekunde 3 beginnt. Und da es 3 Sekunden lang ist, wird es bei 6 wieder verschwinden. Probieren wir also nochmal aus. Cursor kurz davor oder den Abspielknopf kurz davor. Play drücken. Da ist es. Und jetzt ist es wieder weg. Ich möchte es jetzt zum Beispiel 4 Sekunden lang haben, dann ziehe ich es einfach von 3 beginnend bis auf Sekunde 7, dann ist das Ganze 4 Sekunden lang. So kann ich das mit allen Elementen tun. Ich kann sie also auf der Zeitleiste platzieren, damit sie zielgenau da erscheinen, wo ich sie gerne haben möchte. Weitere interessante Elemente sind zum Beispiel Scheinwerferlicht. Dann wird alles dunkel bis auf einen Bereich, der eben hell bleibt und damit kann man die Aufmerksamkeit fokussieren. Können wir uns auch mal kurz anschauen. Natürlich hat auch dieses Element wieder alle möglichen Eigenschaften, die ich einstellen kann. Ich kann einstellen, wie groß es sein soll. Das kann ich natürlich hier mit den Anfassern tun. Ich kann das aber auch numerisch tun. Ich kann sagen, wie es erscheinen und wie es verschwinden soll und ansonsten noch jede Menge andere Eigenschaften einstellen. Das kann man einfach hier mal rechts in dieser Leiste ausprobieren. Weitere Elemente, die es gibt, sind zum Beispiel Zoomen und Schwenken. Das ist auch noch eine Sache, die immer mal wieder gebraucht wird. Dann kann ich nämlich einfach auf einen Bildschirmausschnitt vergrößern. Das mache ich jetzt hier auch mal. Klicke auf Zoomen und Schwenken und nun sieht man, dass hier ein kleiner Rahmen erschienen ist und dass hier unten in der Zeitleiste wieder ein neuer Eintrag aufgetaucht ist. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Ich habe jetzt also hier das ganze Bild und mit Zoomen und Schwenken habe ich nun also den vorher mit dem Rahmen markierten Bereich einbildschirm füllend. Ich habe also sozusagen reingezoomt und wenn ich jetzt das Ganze wieder rückgängig machen möchte, dann müsste ich also ein erneutes Zoomen und Schwenken einfügen und in diesem Fall dann den Rahmen auf die ganze Bildschirmgröße ziehen. Dann müsste man jetzt einmal den Zoom-In-Effekt sehen und anschließend wieder den Zoom-Out. Rein und wieder raus. Mit diesen Hervorhebungselementen Highlight, Scheinwerferlicht oder Zoom und Schwenken kann man schon sehr anschaulich Bildschirmdemonstrationen durchführen und zeigen, sodass der Zuschauer sehr genau geführt wird mit seiner Aufmerksamkeit und sich auf die Dinge konzentriert, die gerade wichtig sind. Es gibt, wie man sieht, hier noch viele weitere Elemente, um die es jetzt allerdings hier nicht gehen soll. Im Zweifel kann man einfach ein bisschen ausprobieren. Alles funktioniert nach demselben Prinzip, dass ein Element, was ich hinzufüge, in der Timeline auftaucht, in der Zeitleiste und ich es damit steuern kann. Eine weitere interessante Funktion ist, dass ich zum Beispiel jetzt einen weiteren Teil zu meinem Screencast hinzufügen könnte. Ich klicke dazu auf Folie aufnehmen und bekomme nun die gleiche Auswahl wie vorher, nämlich ein Aufnahmeprofil. Ich nehme wieder das erste und nun geht also quasi einfach eine neue Aufnahme los und das starte ich jetzt wieder wie vorher auch. Es geht wieder los wie von Anfang an. Ich habe einen Bereich, den ich aufnehmen kann. Ich mache das jetzt ganz kurz und habe einen weiteren Eintrag hier in der Folienübersicht. Damit hätte ich jetzt also meinem Screencast sozusagen eine zweite Sektion oder ein zweites Kapitel hinzugefügt mit einer eigenen Zeitleiste. Wenn ich hier hin und her wechsle, sieht man, dass also die Zeitleiste separat ist und hier könnte ich nun also genau die gleichen Anpassungen durchführen, wie ich sie vorher schon beispielhaft gezeigt habe. Das Interessante ist, dass ich somit also meinen Screencast nicht am Stück aufnehmen muss, sondern ich kann mir vorher überlegen, welche Abschnitte ich gerne hätte, sodass ich nicht so viel am Stück parat haben muss, sondern zwischendurch immer mal wieder pausieren und überlegen kann. Wenn ich das Ganze nachher in eine Videodatei schreibe, werden alle Folien hintereinander weggehängt, sodass man nicht merkt, dass es dazwischen Abschnitte gegeben hat. Angenommen, mein Screencast ist nun fertig, dann muss ich ihn aus dieser Projektform, wie er in Active Presenter vorliegt, in eine abspielbare Videodatei überführen. Dazu gehe ich auf den Export-Tab und hier gibt es nun verschiedene Versionen. Bilder wären eben Standbilder und in unserem Fall nehme ich Video. Die Variante HTML5-Simulation funktioniert nur in der Bezahlversion von Active Presenter. Ich klicke also auf Video und habe nun verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ich kann wählen, was alles mit dargestellt werden soll, zum Beispiel Mauszeigerpfade oder auch Ton und ich kann angeben, wie groß das Video sein soll. Hier steht normalerweise 100% drin. Ich hatte das vorher mal probeweise kleiner gemacht. Ich kann aber diesen Wert sehr gut nutzen, wenn ich zum Beispiel die Dateigröße verringern möchte. Angenommen, ich merke, dass mein ganzer Bildschirm eine zu große Videodatei erzeugt, dann könnte ich zum Beispiel hier auf 50% gehen und damit ein deutlich kleineres Video machen, was dann auch weniger Speicherplatz benötigt. Das ist vor allem dann interessant, wenn ich dieses Video später vielleicht auf eine Lernplattform oder ins Internet oder irgendwo hochladen möchte. Wenn dann das Format stimmt, MP4 ist normalerweise eine sinnvolle Wahl und auch der Pfad hier unten stimmt, wohin gespeichert werden soll, dann klicke ich OK und dann wird dieses Video gerendert. Das ist der Fachbegriff. Es wird also aus den Einzelelementen, die ich jetzt hier vorliegen habe, eine einzelne Videodatei geschrieben und das dauert seine Zeit. Das kann durchaus auch einige Minuten dauern, wenn das Video länger ist. Nun ist das Video fertig. Active Presenter sagt, hat geklappt. Wollen Sie die Ausgabe ansehen? Klicke ich Ja und dann wird meine Videodatei geöffnet und ich kann sie hier abspielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war nützlich für dich. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt und wenn du meinen Kanal abonnieren möchtest, würde mich das natürlich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.